Hallo? Ah, jetzt. Don't cross the line. Ja, man. Boah, alter! Kurzgehalten wie auf Crack oder so? Ich weiß nicht, wo man so Farben sieht bei welchen Drogen. Der Brems verliert, oder was? Scheiße! Fuck. Ja, komm. Zocken. Oh, verwirrt Taktik macht er jetzt, Alter. Oh, was mach ich denn? Warte. Hast alles von meiner Schlange, wa? Ja, Mann. Krass, Mann. Härtestes Spiel der Welt. Auf jeden Fall. Du guckst bis auf die Tanga-Brau da, Alter. Ja, genau. Du bist dein Uhrensohn. Ach, scheiße. Machen wir noch einen Ausgleich und dann... Ja, was... ...miss ich mal an mein Tresor. Wie hier ist dein Club? Äh... Gefängnis. Selbstverständlich. Gefängnis, genau. Na, wenn schon mal ein deutscher Begriff noch am Start ist. Oh, ernst? Achso. Bin... Na, alter! Da... Da kommt Finale. Das... Ich krieg hier auf den Sack. Äh, macht Sido ja... Oder hat Sido ja jetzt immer gemacht... Ähm... einen Livestream? Äh... Zuhause? Äh... Von früh um 8 bis... Abend um 8... Und... Scheiße. Oh ja. Und... Scheiße! Scheiße! Und der hat gesagt, äh, der macht das... Ähm... Bei seinen Leuten, mit denen er sonst auf Tour geht und so... Die sonst keine Arbeit haben. Und... Äh... Deswegen, äh... Damit die Arbeit haben... Gibt er denen so wenigstens was zu tun. Was ja schon mal ein bisschen nice ist. Und dann haben sie letztens... Äh... Letzten Freitag... Den... Ähm... Puh! Den, äh... Das erste Mario Kart gespielt. Alter Schwede! Echt, ja? Geil! Die Fresse, ey! Ey, das ist nicht dein Ernst, Alter! Was war denn jetzt? Huch! Huch! Äh... Bin, äh... Hab meine eigene Schlange gebissen. Hahahaha! Ja, Game Over! Schön! Aufstehen! Boah! Aufstehen! Boah! Boah! Ah! Fast 30, Alter! Oh! Das ist traurigerweise wirklich schon fast Realität, ey! Ist halt so... Äh... PING! Wie ich immer noch vom Raubüberfall meine Handschuhe anhab', Alter! Hahaha! Oh, Mann!